ja jetzt zusammen willkommen bei unserem projekt wir bauen ein so falls es euch gefällt lasst gerne ab und ein like da würde mich auf jeden fall sehr freuen danke dass wir die zehntausend die zehntausend nice traum die tausend abonnenten geschafft haben ich weiß ich muss mir noch ein special überlegen aber darauf melde ich mich noch mal vielleicht werde ich auch jetzt machen aber erst mal hoffnung haben aber genau wenn euch gefällt gerne ein abo da lassen geht raus so erstmal wieder nutzen nur am reden hier aber alles ja ist sehr gut ist sehr gut ist sehr gut alle wachsen wir müssen mal echt gucken was unser feld macht hier wir haben weizen noch genug zack zack die kinder so wir gucken mal auf unserem unser feld wow sieht das schon lecker aus hier haben wir die möhren weizen sehr sehr schön ja damit können wir arbeiten müssen dann mal hier die chicken getan und dann mal killen weil die sind mir jetzt wieder müssen wir so hier ein bisschen so aufräumen arbeiten hat man auch immer immer auch im real life aber das ist das echte leben auch hier hat man auch hausarbeit muss man ein bisschen cleaning machen ein bisschen putzi putzi mögen wir alle nicht außer mit nach einer trennung dann schon aber vor sonst we don't like it und wir müssen so meine lieben guten tag ja wir sind ich bin gekommen und euch zu füttern wir haben eigentlich kein essen bitte was wir haben noch die kartoffeln oder war die kinder ja hier werden wir gucken wir haben drei kinder wir werden sich morgen hiervon essen können das feld könnte uns vielleicht auch noch was bringen das ist unsere notfall back jetzt mal das fleisch erst mal sollte ja heute reich mit frühstücken wir erst mal hier klicken klicken nehmen wir mit zack genau so damit machen wir die sticks die wir brauchen das gegen wir machen jetzt mal ein bisschen weiter mit mit dem steg den wir da hatten ist es not go like this yeah i know i know wir werden die immer wieder brauchen deswegen können wir auf jeden fall erstmal ein paar machen okay ich muss auch noch überlegen was wir hier für was wir hier für so dann würde ich hier einmal das dann so hoch geht so ne okay dann auf der anderen seite auch noch was leute denn können die hier nicht mehr durch wir machen das auch noch ein bisschen glatter weil das sei jetzt schon sehr verwertet aus links und rechts aber so dass die kinder auf jeden fall nicht weil das auch gefährlich wenn man aus dem so gebäude raus geht weil wir sind eine bild anlage hier im dorf nur dass eine unerforschte insel und wir müssen jetzt hier ein bisschen land und ein bisschen leben damit die leute auch sehen können was denn hier sind wir leben auf der eigentlich die menschheit lebt lebt nicht mehr auf der erde sondern in einem anderen planeten und deswegen kommen wir gäste halt anderen um sich das mal anzusehen die kinder und sowas gewesen ist ja genau ja jetzt erzähle ich sie aber da ist spannend spannend ja es ist jetzt mal hier links und gucken ob wir noch mal ein bisschen das richtige holz finden das richtige holz finden was so komisch wechselt hier this one the colourful the colourful ich weiß nicht ob wir die den ton vielleicht ein bisschen wir regulieren den mal ein bisschen oh mein folgen aufgenommen und der ton war nicht so geil aber wir gucken mal dass wir die musik auf jeden leiser machen ok ok klicken es ok 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 als wie gesagt, wir werden auch gucken, dass wir hier, wenn das alles gleich abfällt, dass wir da auch Refreshing machen, dass sich auch die Ähm Dass sich die Ähm, Endermänner auch darum kümmern können Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass sich Villager bei sich sich einnisten, obwohl man die gar nicht zu sich gebracht hat? Und zu sich wäre es schwierig Vielleicht bauen wir auch irgendwann durch den Berg durch, weil durch den Berg war es ja echt nicht weit, ne? Wenn man den Berg erledigt hatte da bei den Villagern, dann ging das auch alles, ne? Ich finde es ja auch schön, dass wenn man einen Baum fällt, direkt vier neue kommen, ne? Das ist so Evolutionation Sehr, sehr gut Dann Auch Ja gut Ab heute wird ein hungriger Tag, wir werden auf jeden Fall gucken Essen spüren, wir haben unser Essen lassen Okay Baum in Baum, seht ihr das? Mutter Natur, du bist so schön Die Mutter Natur Die Mutter Natur Yeah Und Yeah Ja, du Gewalt Sind mal wieder ein bisschen abgedriftet Boys Und jetzt gucken wir mal, dass wir nochmal ein bisschen abbauen So Wartet mal Aber Dunkel gleich Wir sagen wir jetzt noch mal kurz hier das, ähm Was hier so auf den Brunnen gefallen Holy shit Von einem Baum kommen so viele neue runter Crazy Können ja Paradies bauen Mal gucken wir doch mal, ob wir in der Nähe sein müssen So Bei dem Baum noch mit Wir brauchen auch gleich eine neue Achse Das nächste Mal Rundlaufen Für Holz Weil Crazy Was da rauskommt Aber auch so an Sticks Und so Crazy I get I get Buddy Oder Oder Rot Alter wieder so nach hause mit langsam macht wir arbeiten noch mal das ok leute jetzt bin ich ich bin jetzt echt gespannt wir gucken mal wir gehen mal kurz schlafen und gucken uns an was sie die machen können oder was kommen wir unseren nächsten folgen weil es euch gefallen hat lasst gerne ab und leiter kuss geht raus und wir gehen jetzt